Die We Will Brands Mastermind ist eine Lifestyle-Business-Marketing-Community, wo wir Marketing-Dienstleister und Agenturen mit drin haben, die sowohl aber auch für andere Unternehmer offen sind. Was wir dort anbieten, ist das Lifestyle-Reisen. Das heißt, wir waren bereits auf Ibiza, wir waren in Chamonix-Montblanc, wir waren in Porto, wir waren auf Kreta miteinander. Und wir suchen uns dort atemberaubende, magische, luxuriöse Villen aus, in der wir dann zusammen drei bis fünf Tage verbringen, und zwar eine sehr intensive Zeit. Neben dem, dass wir dort meistens einen Strand haben, in einer schönen Stadt sind oder auf einer schönen Insel sind, einen Pool haben, eine Sauna, einen Whirlpool, einen Billardtisch und jeder sein eigenes Schlafzimmer hat wie einen privaten Koch dort haben und einfach mal aus dem Alltag rauskommen, treffen wir uns dort in einer Gruppe von zwölf Leuten zusammen. Und was wir dort vor Ort machen, ist, dass wir insgesamt sechs Teilnehmer haben, die da sind und sechs Coaches bzw. Teammitglieder von We Build Brands. Und dort findet ein einzigartiges Konzept statt, mit dem wir es geschafft haben, für sehr, sehr krasse Durchbrüche zu sorgen bei, ja genau, unserer Zielgruppe. Denn was wir dort machen, ist es, dafür zu sorgen, dass du in 1 zu 1 Session mit jedem einzelnen Coach, das heißt, wir haben dort jemanden fürs Thema Copywriting, Angebote, Funnel, jemanden fürs Thema PPC, der extrem erfolgreich ist, wir haben jemanden fürs Thema Mindset mit dabei, jemanden fürs Thema Vertrieb dabei, wir haben häufig auch Special Gäste dabei, die wir vorneweg nicht verraten dürfen. Und dadurch, dass wir so eine kleine, intime Gruppe sind und wir dort intensive 1 zu 1 Coachings machen, gleichzeitig aber auch viele Gruppensessions und hinten raus dann miteinander eine richtig tolle Freizeit miteinander verbringen, weil wir uns einiges überlegen, um halt die Zeit so schön und auch so unvergesslich wie möglich zu machen, sorgen wir dafür, dass wir den Standard, den Selbstwert, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein und natürlich auch das Know-how, ja, spezifisch genau für dich als Teilnehmer signifikant erhöhen. Du gehst danach mit einer viel breiteren Brust raus. Du hast danach sowohl neue Sparringspartner als Coaches, als auch neue Sparringspartner innerhalb der Community der Teilnehmer, mit denen du nachher tatsächlich Best Friends for Life wirst teilweise. Insofern, dass daraus geniale Business-Deals entstehen, geniale Partnerschaften entstehen, geniale Freundschaften entstehen und jeder einzelne Teilnehmer, der bisher bei uns auf der Mastermind war, hat bei der Abreise immer Folgendes gesagt. Erstens, wow, ich habe das Gefühl, ich kenne euch ewig jetzt, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben und ich würde am liebsten noch eine Woche länger bleiben. Und mit jedem Teilnehmer, mit dem ich gesprochen habe, mehrere Monate, teilweise ein Jahr nach der Mastermind, weil wir diese mittlerweile 2019 machen, da waren wir zum ersten Mal auf Imbiza und in Chamonix, Sommer- und Winter-Edition, kam folgendes bei raus, und zwar, dass jeder von denen sein Business verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht oder teilweise sogar verzehnfacht hat. Jeder einzelne von denen führt die Mastermind darauf zurück, seinen Durchbruch geschafft zu haben, von teilweise Einzelkämpfern, die zwar bis oben hin voll waren mit Aufträgen, aber nicht vom Verdienst her hochgekommen sind, teilweise vom Mindset her ein bisschen ausgebrannt waren und auch nicht wussten, wie sie vorankommen sollten zu Menschen, die wirklich ihren Selbstwert wiedererkennen, ihr Selbstvertrauen, ihr Selbstbewusstsein boosten massiv und vor allem auch Angebotsvorlagen, Funnel-Strategien, Vertriebsstrategien und Mechanismen und diverse andere Punkte mitbekommen, die wirklich einen großen Beitrag nachher sowohl in ihrer Außendarstellung, in ihrer Kommunikation mit ihren Menschen privat und beruflich, als auch nachher in der Umsetzung für ihre Kunden, was die Ergebnisse angeht, einen großen Erfolg dazu beigetragen haben. Und diese Reise ist eigentlich so das absolute Highlight, weil wir machen diese Reise ein bis zwei Mal im Jahr, das heißt meistens im Sommer und im Winter, wo wir das Ganze machen. Und das ist aber nicht alles, denn das, was noch auf der Mastermind stattfindet, das Gesamtkonzept ist, dass wir ein Jahr zusammen eine Transformation durchmachen. Unser Ziel ist es, dass wir dich auf mindestens 50.000 Euro Umsatz pro Monat hochbringen, von dem Punkt, wo du gerade stehst und dass wir alleine dein Business verdoppeln, genau da, wo es jetzt gerade ist, mit dem Aufwand, den du gerade betreibst, es mindestens verdoppeln, durch das, was wir dort implementieren. Denn wir selbst betreiben Agenturgeschäft nach wie vor sehr erfolgreich. Wir selbst haben auch ein eigenes erfolgreiches Coaching-Business und ein eigenes Business, was staatlich zertifiziert ist, wo wir Bildungsträger sind und viel machen. Unsere eigenen Geschäfte sind alle in einem hohen siebenstelligen Umsatzbereich. Wir leben alle extrem gut davon und genießen unseren Lifestyle und alles drumherum. Aber der Weg dorthin war steinig. Und der Weg dorthin wurde aber einfacher durch Mentoren, durch intensive Partnerschaften, Communities und Masterminds, die sich gegenseitig sowohl als Sparringspartner als auch als Freunde permanent begleitet und unterstützt haben. Und deshalb haben wir daraus ein Ein-Jahres-System geschaffen, in dem wir erstens dir einen Komplettkurs mit an die Hand geben, der so intensiv ist, wie du es wahrscheinlich noch nie erlebt hast, wo es ums Thema YouTube-Ads geht, Google-Ads geht, Display-Ads geht und Facebook-Ads geht auf absolutem Champions-League-Niveau. Wir bringen dir Funnel-Marketing auf absolutem Champions-League-Niveau bei und vor allem das Thema Copywriting, Verkaufspsychologie, etwas, was noch kaum jemand richtig drauf hat da draußen. Und die meisten auch eher nur zufällig irgendwie mal einen guten Text entdecken, aber gar nicht wissen, was die Bausteine tatsächlich sind, damit es wirklich funktioniert. Das ist die Basis. Dazu gibt es einmal die Woche einen Call, über ein Jahr hinweg, wo wir nur an deiner Delivery arbeiten. Was lieferst du nachher als Marketing-Dienstleister, als Agentur? Oder wie kannst du das für dich und dein Unternehmen implementieren? Vor allem auch die Neukundenakquise für dich über Social-Media-Ads hinzubekommen, weil du dann im Regelfall, wenn du zu uns kommst, schon an dem Punkt bist, wo du genug Kapital hast und genug Referenzen, dass wir jetzt für dich auch ein automatisiertes Vertriebssystem bauen können, was für dich Leads generiert und gleichzeitig diese auch nachher abgeschlossen werden. Und im nächsten Schritt haben wir einen Call, ebenfalls nur für die Mastermind-Teilnehmer, wo es dann intensiv um ihre eigenen, privaten oder auch persönlichen und auch Business-Themen geht. Hier geht es um Delivery ganz viel. Was lieferst du nachher? Wie können wir hier an deinem Business-of-Marketing-Seite viel machen? Hier geht es dann um dich persönlich im zweiten Call. Was sind gerade persönlich deine Themen? Wo stehst du gerade? Was hast du gerade für Ängste? Was beschäftigt dich gerade? Um dort sowohl innerhalb der Community, als auch durch uns Coaches, als auch durch die Special-Gasts, die wir dazu nehmen, dafür zu sorgen, dass du die nächsten Schritte machst. Dass du blinde Flecken siehst, die vorher für dich nicht erkennbar waren. Dass wir dir Türen öffnen, die vorher für dich gar nicht ersichtlich waren, dass du vor denen stehst und durch die gehen kannst. Das Thema Strukturen, das Thema Mitarbeiter richtig finden, einstellen und auch einsetzen. Das Thema Vertrieb. Und vor allem auch alles an den Punkt zu bringen, dass du weniger arbeitest und dabei nachher mehr Geld verdienst mit dem, was du als Marketing-Dienstleister oder Agentur tatsächlich nach vorne bringst. Und das ziehen wir ein Jahr lang durch. Parallel dazu haben wir einen privaten Chat untereinander. Und wir werden uns ebenfalls auch mindestens einmal in diesem Jahr zusammen in Deutschland in einen intensiven Workshop miteinander treffen, wo wir dann nochmal miteinander dort intensiv arbeiten und reingehen. Das heißt, das, was wir mit der Webuild Brands Mastermind geschaffen haben, ist eine Lifestyle-Business-Marketing-Community. Freundschaften, Partnerschaften und vor allem Wachstum ist das, was dort im Vordergrund steht. Wenn du dieses Video bis hierhin gesehen hast und du Marketing-Dienstleister oder Agenturinhaber bist, wenn du selbst schon seit einer ganzen Weile nicht über 10.000 Euro an Umsatz kommst, wenn du nicht mehr weißt, wohin, wenn dir einfach Feedback fehlt und wenn du dir vor allem einen Zusammenhalt suchst innerhalb einer starken Community von Gleichgesinnten und vor allem einen Blick von außen, Strategien, Mechanismen und Werkzeuge, die dir dabei helfen, spürbar und vor allem schnell vom Fleck zu kommen, deine Hindernisse zu überwinden und dein Leben in Freiheit und Fülle zu führen, wie du es dir vorher noch gar nicht vorstellen konntest, dann klick jetzt hier unten auf den Button und trag dich für ein persönliches Gespräch mit mir ein. Nicht mit einem Mitarbeiter, nicht mit einem Setter oder Closer, sondern mit mir persönlich wirst du in Zoom sitzen. Das wird kein Verkaufsgespräch sein, denn ich habe gar nicht vor, dir etwas zu verkaufen. Ich möchte dich kennenlernen und ich möchte herausfinden, ob es möglich ist, dass wir mit der Weeble Brands Mastermind dir helfen und ob du zu uns und unserer Community passt, ob wir mit dir diese Reise angehen von den nächsten 12 Monaten, die bevorstehen und dein Leben komplett transformieren. In diesem Sinne freue ich mich darauf, von dir zu hören. Bis dann. Klicke hier unten auf den Button und bewirb dich. Dein Nick. Ciao.